Massenentlassungen werden einfacher. Das Bundesarbeitsgericht will es den Arbeitgebern bei den Massenentlassungen einfacher machen. Der Gesetzgeber sieht mit dem § 17 Kündigungsschutzgesetz eine Anzeigepflicht vor und das damit verbundene Verfahren ist sehr komplex und enorm fehleranfällig. Das wiederum führte allein deswegen schon sehr häufig zur Nichtigkeit der Kündigungen. Das soll nach dem Willen des 6. Senats des Bundesarbeitsgerichts für die Zukunft nicht mehr gelten. Fehler in der Anwendung des § 17 Kündigungsschutzgesetz und damit der Massenentlassungen sollen damit nicht mehr zur Nichtigkeit der Kündigung führen. Wieso das so ist und welche Folgen dies hat, erfährst du in dieser Folge. Mein Name ist Sandro Wolf, Rechtsanwalt, Fachanwalt und Mediator im Arbeitsrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfachrecht. Mein Motto, gestalten ist besser als streiten. Knapp 20% mehr Insolvenzen in diesem Jahr im Vergleich zum November 2022. So meldet das das Statistische Bundesamt. Im Oktober 2023 waren es sogar 22,4% mehr als im Jahr 2022. Und diese Zahl wird weiter zunehmen. In der zur Zeit bestehenden wirtschaftlichen Spannungslage, die sich auch an der Zahl der zunehmenden Insolvenzen und Kündigungen erkennen lässt, platzt dieser aktuelle Beschluss des Bundesarbeitsgerichts vom 14.12.2023. Also zum Zeitpunkt, als ich diese Podcast-Folge aufnehme, gerade mal drei Tage alt. Und man darf das so nennen, es lässt sich ein Rechtsprechungswandel erkennen, der die Arbeitgeber verfreuen wird, aber insgesamt die Praxis bei der Kündigung, bei Massenentlassungen, ja, zumindest bei der Überprüfung dieser prägen wird. Der sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts beabsichtigt nämlich, seine Rechtsprechung bei fehlerhaften Anzeigen einer Massenentlassung aufzugeben. Bisher war es so, dass Verstöße gegen § 17 Absatz 1 und Absatz 3 Kündigungsschutzgesetz zur Unwirksamkeit der Kündigung führten. Und da konnten sich die Mitarbeiter drauf stützen. Und dann war das Verfahren relativ schnell beim Arbeitsgericht klar, der Arbeitnehmer hat gewonnen, denn es kam auf nicht mehr an. Alleine das war ausreichend und das Arbeitsverhältnis war an dieser Stelle durch die Kündigung nicht beendet. Und sehr häufig wurden dann die Abfindungen erstritten, die an dieser Stelle von den Mitarbeitern gewollt waren. Und das hat der sechste Senat jetzt aber gesagt, das kann so nicht ganz richtig sein und hat deshalb den zweiten Senat angerufen. Und den zweiten Senat hat es deswegen angerufen, weil der durchaus strenger noch zu der Sache steht. Im § 17 Kündigungsschutzgesetz ist geregelt, wann von einer Massenentlassung ausgegangen wird und welche Anzeigepflichten den Arbeitgeber treffen. Lass mich da ein Stück weit ins Gesetz schauen und da auch einige Passagen zitieren, denn da steht so schön, der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Agentur für Arbeit Anzeige zu erstatten, bevor er in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 und weniger als 60 Arbeitnehmern mehr als fünf Arbeitnehmer entlässt. In Betrieben mit mindestens 60 und weniger als 500 Arbeitnehmern ziehen von 100 der im Betrieb regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer oder wenn denn mindestens 25 Arbeitnehmer entlassen werden. Und zu aller guter Letzt noch in Betrieben mit in der Regel mindestens 500 Arbeitnehmern und dann nach oben offen mindestens 30 Arbeitnehmer kündigt. Und diese Kündigung, diese Entlassung müssen innerhalb von den 30 Kalendertagen vorliegen. Bei den Entlassungen stellt man dann auf die Kündigung, Zugang der Kündigung ab und ja, den Entlassungen stehen noch andere Beendigungen des Arbeitsverhältnisses gleich, die vom Arbeitgeber veranlasst werden. Welche das sein könnten, schau da ruhig mal in meiner Podcast-Mediathek, da setze ich mich auch mit anderen Beendigungsvarianten auseinander. So, die Details, die dann drinstehen im § 17 Kündigungsschutzgesetz, da will ich gar nicht darauf eingehen, da kannst du gerne auch weiter nachlesen, wenn dich das interessiert. Um diesen Rechtsprechungswandel zu verstehen, sind die weiteren Regelungen jetzt an der Stelle im Detail erstmal nicht so wichtig, dass ich sie zitieren müsste. Was wichtig ist, der zweite Senat des Bundesarbeitgerichts vertritt zur Zeit noch die alte, strengere Auffassung, die früher auch der sechste Senat hatte. Und da war es eben so, dass ein solcher Formmangel bei der Massenentlassungsanzeige automatisch zur Nichtigkeit der Kündigung führte. Und aufgrund dessen, dass der zweite Senat des BAG jetzt sagt, nee, nee, ich will das ändern, ich sehe das anders, hat er den, hat der sechste Senat den zweiten Senat aufgefordert, die Spruchpraxis zu überprüfen und sich der Auffassung des sechsten Senats anzuschließen. Und bis zur Beantwortung dieser Divergenzanfrage, sagen wir Arbeitsrechtler so schön, hat der sechste Senat drei Verfahren ausgesetzt, in denen es um die Unwirksamkeit der Kündigung durch Mängel der Massenentlassungsanzeigen ging. Die Konsequenz ist, sollte der zweite Senat an seiner Rechtsauffassung festhalten, muss der sechste Senat den großen Senat anrufen und der muss dann entscheiden, um eine einheitliche Rechtsprechung im Bundesarbeitsgericht an dieser Stelle über diese Rechtsfrage zu haben. Wie ist es dazu gekommen? Mit seiner Ankündigung reagiert konsequenterweise der sechste Senat auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Juli diesen Jahres. Und da hatte der EuGH auf Vorlage eben jenen sechsten Senats entschieden, dass die Übermittlungspflicht nach der Massenentlassungsrichtlinie, man sagt 98-59EG, eben nicht den Zweck habe, den von Massenentlassungen betroffenen Arbeitnehmern Individualschutz zu gewähren. Also die sollten sich mit der Kündigungsschutzklage eben gerade nicht auf diese Fehler berufen können oder das ist nicht der primäre Zweck. Die Verpflichtung des Arbeitgebers, den Behörden in einem früheren Stadium beabsichtlicher Massenentlassung Informationen darüber mitzuteilen, hat also nicht den Zweck, den Arbeitnehmer zu schützen, sondern er soll die zuständige Behörde, die Agentur für Arbeit, darüber informieren, dass hier viele oder mehrere Mitarbeiter sich arbeitssuchend melden werden, damit diese sich darauf vorbereiten kann. Also Schutzzweck nicht der Arbeitnehmer, sondern die Behörde. Welcher Fall lag dem zugrunde? Das macht vielleicht ein bisschen deutlicher, wieso das bis zum EuGH hochgegangen ist. Ende 2019 war das Insolvenzverfahren über das Vermögen einer GmbH eröffnet. Und im Januar ist das auch beschlossen worden, dass die Geschäftstätigkeit bis spätestens April 2020 einzustellen ist, konsequenterweise dann natürlich auch alle Mitarbeiter entlassen werden müssen, also Massenentlassungen vorzunehmen waren, weil es ein größeres Unternehmen war. Ebenfalls im Januar 2020 leitete das Unternehmen auch das Verfahren zur Konsultation des Betriebsrats ein und teilte dem Betriebsrat auch unter Beachtung der Richtlinie der Massenentlassungen mit, was an Informationen mitzuteilen war. Das Verfahren war soweit in Ordnung. Nur der zuständigen Behörde, in diesem Fall der Agentur für Arbeit in Osnabrück, wurde keine Abschrift dieser schriftlichen Mitteilung zugeleitet. Das ist nach § 17 fehlerhaft. Und die Frage, die sich für die Gerichte stellte, ist, ist die Kündigung wegen dieser unterbliebenen Übermittlung an die Agentur für Arbeit nichtig? Kann sich darauf der Arbeitnehmer berufen? Von den deutschen Gerichten monierte nämlich ein Arbeitnehmer, dass diese Agentur für Arbeit keine Abschrift erhalten hat und dass das dann eben als Voraussetzung für die Wirksamkeit der Entlassung fehle und demzufolge seine Kündigung unwirksam ist. Ja, und er wollte, das Unternehmen war ja nicht mehr da, irgendwie noch zu Abfindungsansprüchen kommen. Das Ganze ging dann vom Arbeitsgericht zum Landesarbeitsgericht und von diesem zum Bundesarbeitsgericht. Ja, das Bundesarbeitsgericht hat sich in der Revisionsinstanz damit befasst und hat dann gesagt, Mensch, eigentlich liegt ein Verstoß gegen das deutsche Gesetz zur Umsetzung der Richtlinien über Massenentlassungen vor, weil weder die Richtlinie noch das nationale Recht sehen eine ausdrückliche Sanktion für einen solchen Verstoß vor. So, und dann hatte das Bundesarbeitsgericht doch jetzt Zweifel an der jahrelang zurückliegenden Rechtsprechung, wo das durch die Instanzen immer so zulasten Arbeitgeber entschieden wurde, ob denn der Verstoß zwangsläufig zur Nichtigkeit einer Kündigung führt. Naja, und wenn das Bundesarbeitsgericht nicht mehr weiter weiß, dann fragt es den Europäischen Gerichtshof. Es hat also hier die Sache dem EuGH vorgelegt. Ja, und der EuGH, der sagt ganz klar und deutlich, die Kündigungen sind nicht nichtig. Ja, allein darauf abzustellen, reicht nicht aus. Die Verpflichtung des Arbeitgebers, der zuständigen Behörde einer Abschrift, zumindest bestimmte Standteile der schriftlichen Mitteilung zu ermitteln, habe eben gerade nicht den Zweck, den betroffenen Arbeitnehmern Individualschutz zu gewähren. Ja, dann führt es noch so ein bisschen aus, welche Informationen da letztendlich zu ermitteln sind. Also zum einen ermöglicht die Übermittlung der fraglichen Informationen, ist der zuständigen Behörde nur, sich über die Gründe der geplanten Entlassungen, die Zahl und die Kategorien der zu entlassenen Arbeitnehmer, sowie den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen, einen Überblick zu verschaffen. Ja, also die Behörde soll sich vorbereiten können, aber nichts von wegen, dass der Arbeitnehmer sich darauf berufen kann. Klar, hervorgehen ist also, Ziel des § 17 Kündigungs Schutzgesetz und der Massenentlassungsanzeige ist, dass die Behörde bereits zum Zeitpunkt der individuellen, um die individuelle Situation der Arbeitnehmer weiß und sich damit befassen kann, deswegen rechtzeitig informiert wird. Ja, und in der Konsequenz dürfte die bisherige Rechtsprechungspraxis zur Nichtigkeit der Kündigung damit nicht mehr halten. Ich finde auch völlig zu Recht immer wieder erstaunlich, wie die Gerichte dann, gerade die Arbeitsgerichte, in den Gesetzen manchmal Sachen lesen, die nicht drinstehen. Das hatten wir schon nach dem Teilzeitbeschäftigungsbefristungsgesetz hinsichtlich der Befristung von sachgrundlosen Arbeitsverhältnissen. Und jetzt haben wir es hier eben auch bei der Frage der Massenentlassungen im § 17 Kündigungsschutzgesetz. Und es hat auch einen breiten Raum, gerade in der jetzigen Zeit. Allein mein Thema Arbeitsrecht hat in diesem Jahr einige Massenentlassungen begleitet und damit auch die Unternehmen. Und bei all diesen Mandanten und dem damit verbundenen Kündigungsmanagement nahmen die Formalien des § 17 Kündigungsschutzgesetz großen Raum ein. Das eben gerade deswegen, weil bei einem Fehler, einem formalen Fehler, die Unwirksamkeit aller Kündigungen zu befürchten war. Und das Beseitigen dieser damit verbundenen Risiken nahm eben entsprechend viel Zeit ein, um die Formalien zu halten und auch alle Beteiligten damit ins Boot zu nehmen. Und es war im Ergebnis auch aus wirtschaftlichen Gründen eine Mehrbelastung für die Arbeitgeber. Das dürfte sich mit der neuen Rechtsprechung ändern. Freut die Arbeitgeber? Ich glaube wohl weniger die Arbeitnehmervertreter. Dennoch Tipp an die Arbeitgeber. Die sollten jetzt nicht meinen, dass sie bei bevorstehenden Entlassungen den § 17 Kündigungsschutzgesetz außer Acht lassen können. Denn die Verpflichtung, das beschriebene Anzeigeverfahren zu führen, besteht weiterhin. Das ist durch die Entscheidung ja nicht aufgehoben worden. Nur die Konsequenzen sind andere. Und ich meine, die Arbeitgeber tun nicht nur gut daran, weil es im Gesetze festgeschrieben ist. Ich finde halt auch, wenn man jetzt mal ein Stück weiter denkt, dass es spannend sein wird, wie die Gerichte entscheiden in der Differenzierung. Was ist, wenn der Arbeitgeber vorsätzlich oder grob fahrlässig, weil er sagt, ja, ich weiß, müsste ich machen, aber ist alles nicht so wichtig, wird schon irgendwie gehen, ja, diesen § 17 Kündigungsschutzgesetz unbeachtet gelassen haben. Macht es einen Unterschied, ob Fehler unter Beachtung des Verfahrens des Kündigungsschutzgesetzes passieren oder ob die Anzeigepflicht vollständig vernachlässigt wird? Darüber werden sich die Gerichte dann auch befassen, damit befassen müssen. Du kannst dich auf eins verlassen. Ich werde darüber berichten, wenn es da weitere Tendenzen gibt, wenn da spannende Entscheidungen kommen. Damit du auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast, denn dann bist du auch bei der nächsten Folge dabei. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Einfachrecht, Antworten auf Fragen zum Arbeitsrecht. Und es gibt auch einen weiteren Grund, wieso du das Abonnieren nicht vergessen solltest. Nächste Woche kommt ein skurriler Fall, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, der auch bei den Arbeitsgerichten 1. und 2. Instanz anhängig war. Insofern skurril, dass ein älterer Herr, ja, der eine oder andere kennt die Begrifflichkeit dann auch, ein sogenannter Sugar Daddy, eine Beziehung zu einer jüngeren Frau aufgebaut hat und hat die dann auch finanziell entlohnt für Freuden in der Lendengegend. Und da stellte sich die Frage, ist das ein Arbeitsverhältnis? Wenn es eins ist, welche Konsequenz hat das? Ja, und wenn denn auch ein Zeugnis geschuldet ist, ja, wie soll das Zeugnis denn ausgestellt werden? Mit der Note befriedigend? Wenn es vielleicht gar nicht befriedigend war. Naja, all das hörst du in der nächsten Folge. Bleib dran und bewerte auch gerne diese Folge, teile sie mit Personen, die Interesse an arbeitsrechtlichen Fragen haben oder vielleicht auch die nächste Folge hören sollten. Und dann bis zum nächsten Mal. Dein Sandro Wulff, Rechtsanwalt, Fachanwalt und Mediator im Arbeitsrecht. Bis ganz bald. Ciao, ciao.